moin moin leute mein lot hier und wir sind wieder in nicht hextet b-team technik launcher b-team und am ende lassen der der letzten folge habe ich ja gesagt hatte ich eigentlich hatte ich eigentlich vor gehabt ein bisschen essen zu fahren weil ich halt kaum noch was hat und das problem ist nur ich habe eine sache völlig vergessen ich bin skeleton und wenn ich jetzt an die oberfläche gehen während des tages sneaken sieht so geil aus bei den mobs dann fang hier an zu brennen wie ein ganz normaler skeleton halt und ja das war gar nicht gut jetzt muss ich gucken dass ich irgendwie unter einem baum mich mal hochgrabe ist da einer ja okay was mache ich jetzt ich habe mir erst mal ein wenig holz okay bitte ja nein sie haben noch schweinefleisch okay da ist der kraft die tabler komme ich nicht an oder oder kann ich da an heute an ohne zu brennen kraft die mit ihm hatten freuen ist ja nicht die welt so offen das war auch dringend nötig erst recht weil ich einen unten hab jetzt machen wir uns erstmal wieder ordentlich spitzhacken so okay dann haben wir es ja jetzt wurde er irgendwie noch mal nachdem was das macht jetzt ins erste mal solche ex-personen Prozent tropical gut dort peck oder so drin wo er viel was weiß ich wie viel verschiedene neue fruchtsorten gibt es eine gleiche ist alles hier abgucken um und auf jeden Fall sich hat Dutzenden verschieden Kirschen Orangenes sicher nur das Mindest Äpfel gibt sie auch Prozent Bananen was noch die Citro nicht weiß mehr wird sicherlich geben und trotzdem ich habe verhungert um Tüte meinen 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 so muss man auf der Karte gucken kommt man irgendwie mit Emma nicht nachher als ich noch nächstes gespielt habe wir sind im Schneegebiet dort ist irgendwie Sumpf oder so hier ist so fröhlich alles mögliche bunter Wald Kirschbäume mal kann ich mir Kirschen holen Extreme Hills ist hier gar kein mehr um ah ah unbekanntes okay Tiger unbekannt Tiger River Spruce Woods ah hier unten okay dann auch Bäume gut ein Glück ist für Nacht okay ich hab wieder essen oh Gott sei Dank das hätten wir erstmal mal hol ich mir mal noch ein Schwein Hä ich bin immer noch ein Skeleton ich bin immer noch ein Skeleton weil ich das Schwein schon mal getötet habe ich jetzt schätze ah nicht das Schwein aber allgemein das Tierschwein und auch das Tierkuh was was mit denen eigentlich es hat kurz geleckt okay Monster was denn da vorn hier spawnen Monster oder wie fuck fuck nein shit shit ich bin so langsam das ist aber ähm oh ne ich muss ja ich muss echt diese Viecher erstmal hier kennen okay da schießt er noch mich nein oh in dieser Version waren die noch so OP diese scheiß Skeletons oh okay mir reiz tschüss Leute das gucken wir uns noch mal an oh ja ein Creeper was fehlt noch Creeper weiß wohl wirklich noch der Höhepunkt oder das hat auch gerade noch gefehlt ich will mein Gold wieder du Mist geworden ja GG oh der kann ja hier runterkommen oh bitte nicht bitte nicht äh okay wir verziehen uns mal wieder an unsere schöne schöne friedliche Mine okay es ist noch friedlich keine Bären nachgewachsen was ist das was ist das Fängestein Fossil aus dem Archäologie Modpack lol bone oh oh wurslich Fossil die droppen jetzt irgendwie Knochen okay hä was ist das für Knochen Bio-Fossil geil ich liebe Fossilchen und auch so Dinos und so krass alter kann ich mir da so so ein Dinosaurier Fossil hier zusammen craften und das irgendwo aufstellen alter das wäre mal richtig nice so und was wollte ich denn diese Folge so sagen ehe ich das vergesse wir nehmen ja schon seit 6 Minuten auf okay läuft äh was ich sagen wollte äh was wollte ich sagen letzte Folge habe ich mir nochmal angesehen äh in den also hier überall in der Mine konnte man weitgehend nie was erkennen bis ich dann mal ne Fackel platziert hab da muss ich jetzt mal vorsichtiger sein öfter ne Fackel platzieren ist mir auch fein weil sonst hier einfach zu dunkel das sieht keiner selbst wo ich meine Brightness schon auf extra hell eingestellt habe man hat einfach gar nichts erkannt ohne das Licht an der Fackel so dahinter höre ich Zombies das schon mal gar nicht gut obwohl ist das unbedingt schlecht ich kann die einfach töten ja kommt hier Zombies irgendwo hier sind die hier unter mir ja ja irgendwo unter mir etwas in der Richtung okay nie direkt unter mir oh äh wieder Fackel genau jetzt höre ich sie irgendwie über mir obwohl ne direkt geradeaus ach ich weiß es doch auch nicht doch jetzt ist sie wieder hinter mir das heißt in irgendwo in der Richtung irgendwo hier entlang keine Ahnung ich finde die nicht dann sollen sie auch dort verhungern mein gern bekommen die nicht naja wieder rein so passieren apropos wieso kann ich mir jetzt eigentlich nicht verwandelt what the fuck ist das ein bug okay das scheint ein bug zu sein kann ich hier und was item subsets what the fuck ist das ein bug ich drücke gerade die r-taste die macht keinen geräusch oh Blatt T macht natürlich den Chat Logischerweise Z Darkness listens Commit to evil Nevermind Den Bösen erkennen Könnte ich dort wählen Mach ihn mal lieber nicht Das ist glaube ich erst was Für später Wenn wir schon etwas gemacht haben Sollte ich lieber nicht jetzt machen Gar nicht gut Diamanten Wie viele es gibt Zumindest echt nichts besonderes In diesem Modpack Dann wache ich mich mal ein wenig tiefer in die Mine Mal sehen was wir noch finden Oh Leute sind hier viele Ärzte Oh mein Gott Okay Na gut dann bauen wir bis weit ab Zum Glück hatte ich das Schweinefleisch noch Aber ich muss echt irgendwann nochmal Essen suchen Was baue ich hier eigentlich gerade ab Kopper Kupfer oder Ja Kupfer Kupfer würde ich jetzt auf eine Ebene wie Eisen schätzen Das ist nur von technisch näher Mit viel für Waffen verwendet Für alles mögliche eigentlich Kommt dementsprechend noch oft vor Würde ich jetzt mal so sagen Oh Quantum Hier ist irgendwo Wasser Okay das gucken wir uns gleich an Das war quantum Hier und wo Kommt das von da oben Oder doch hier von Oh What the fuck Ganz ruhig Ganz ruhig Ähm Ganz vorsichtig runter da ist ein skeleton, den seht ihr glaube ich noch nicht, aber ich sehe ihn ich leuchte mal okay, ganz schwer weg da sind zwei, okay, ich muss hier eine Falle locken essen und wenn sie gleich um die Ecke kommen jetzt oh, das ist verbrannt, okay oh, war das wieder knapp ich muss mir jetzt langsam mal echt hier Eisenrüstung machen, sonst wäre das oh, Creeper ähm, ich kann nichts raus sammeln oh, nein, oder äh, so was, Dix oh, fuck da muss ein Mien-Schacht oh, Leute, hier wird es richtig spannend, so langsam schade, dass wir auch nochmal schon gleich beenden müssen und damit mir keiner folgt, dann mache ich jetzt mal zu, zur Sicherheit was ist das hier eigentlich, das will ich jetzt mal wissen Permafrost what the fuck oh, das ist so cool, das mhm, was werfe ich weg oh, ich platziere einfach diese Stalagneten an wie hier wieder ein Buch noch einmal was oh, ich muss aufhören oh, alles frostet was, was war jetzt ja das, das fliegt alles ein egal, ich gehe erstmal hoch hoch, hoch, hoch oh, gerade wird so spannend, Leute was machen wir denn jetzt ah, dann mache ich mal eine extra lange Folge nächstes Mal anders kriege ich das gerade nicht geregelt alles noch nicht einsortiert oh, egal, erstmal alles rein, 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 rein scheiße wir mal auf die Sortierung Apropos aus Sortierung scheißen perfekt, sortiert was für immer mehr klasse ähm das wird jetzt aber doch nochmal kurz gucken was war das hier mit dem Permafrostboden Diamanten vergessen hier hä, der war doch gerade noch gefroren oder nicht what, lol hä achso, nur diese dick gefrosteten bringen irgendwelche Items und die hier drumherum sind einfach nur so Deko oder was lol ist das jetzt ein Bug oder ist das Absicht dass die kurzzeitig so aussehen wie so Frost aber hm, weiß ich gerade nicht ok, was hat es jetzt gebracht ein Buch Fernseh Fossil ok Knochen Permafrostboden ok ist das was aus früheren Zeiten eingefroren würde ich jetzt mal so sagen ähm wie hat echte Permafrostboden und ah, das kann ich sicherlich auch mit der ne, muss ich aber lässt sich schnell abbauen ok, gut zu wissen Aluminium ok ähm und das hat halt über die Jahre dort drin eingefroren geblieben und ich entdecke das jetzt quasi und grab das aus wie so ein Archäologe macht es denn also dieses Archäologenpack finde ich aber richtig nice also da freue ich mich schon drauf mal gucken was ich da mit alles äh, machen kann ich würde sagen jetzt wo wir so viele Dias haben ich meine das ist ja richtig überflüssig an diesem Modpack können wir uns auch schon gleich mal Eisen gleich vergessen und schon Diasachen machen würde ich jetzt mal so vorschlagen ne oh Gott 37 Diamanten Leute das muss man sich mal vorstellen wenn man es im normalen Minecraft im Survival so schnell finden wird pfff krank, 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 krank echt krank und ich bin voll dir gut, das ist schon mal herrlich jetzt habe ich das Problem gehabt ich habe hier kaum noch von den normalen Sachen die man immer braucht wie zum Beispiel Kohle Sticks äh, Holz wo ich mir jetzt mal ein Diaschert machen äh, und ne Diaspitzhacke natürlich auch noch gar nicht vergessen darf man ja auch nicht vergessen was hat hier ah ja, die müssen auch noch mit rein äh, schnell rein und das nehme ich mir mal mit ja und jetzt ja, ich kann eigentlich alles rein und das so machen das ist so überfluss ich brauche die ganzen Steine und Holzsachen gar nicht mehr unglaublich nein, ich mache jetzt mal dann Schluss mit der Folge und wir sehen uns zum nächsten Part wieder ciao